Hallo zusammen, mein Name ist Vincent, ich bin 25 Jahre alt. Ich habe vor inzwischen vier Jahren einen Auslandsaufenthalt in Peru als Freiwilligeneinsatz gemacht. Ich war in Juárez vor Ort und der ganze Aufenthalt wurde organisiert von der NGO auf in Peru, die auch hier in Graz ihren Standort hat und ich bin wahnsinnig froh, dass ich diesen Freiwilligeneinsatz im Ausland machen durfte, machen konnte, einfach weil es mich in meinem ganzen Leben und in ganz 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 vielen Bereichen geprägt hat und auch in gewisser Art und Weise verändert hat. Ich war vor Ort primär angestellt als Englischlehrer und das erste halbe Jahr war die Hauptaufenthalt Aufgabe, mit Kindern zwischen vier und dreizehn Jahren einen Englischunterricht zu gestalten, mit Hilfe von peruanischen Lehrern und Lehrerinnen. Das hat sich teilweise als etwas komplizierter als gedacht herausgestellt, aber es war in Summe eine Riesenerfahrung und das zweite halbe Jahr war dann mehr darauf konzentriert, einfach neue Partnerinstitutionen, neue Schulen, neue Gemeinschaften zu finden, um einfach den kulturellen Austausch zwischen Österreich und Peru zu verbessern, zu stärken und eben Freunde zu finden. Mein schönstes Erlebnis ist wirklich schwierig irgendwie auszuwählen, weil so viele tolle Erfahrungen dabei waren, aber wenn ich wirklich eins auswählen muss, dann würde ich wahrscheinlich den Abschied von der Schule Simon Bolivar auswählen, weil an meinem letzten Tag eben eine Riesenveranstaltung innerhalb der Schule war mit über 1000 Kids und sie mich vor der gesamten Schule mehr oder weniger verabschiedet haben. Und das war auch ein wirklich sehr emotionaler Moment, an dem ich meine Tränen einfach nicht zurückhalten konnte. Und das war, wenn ich so zurückdenke, wirklich ein wunderbarer, wunderschöner und sehr emotionaler Moment, den ich nie in meinem Leben vergessen werde. Also zu Aufwind Peru bin ich über Zufälle gekommen, mehr oder weniger. Ich hatte das Glück, dass ich damals im Fair Young Styria Projekt teilnehmen durfte. Und das Projekt war darauf abgezielt, dass eben junge Leute sich engagieren können innerhalb Österreichs oder eben im Ausland. Und mit meinen Interessen und mit meiner, wie soll man sagen, mit meinen Ambitionen wollte ich eben unbedingt ins Ausland und nach Südamerika. Und so bin ich über dieses Projekt zu der Organisation auf in Peru gekommen. Und dort habe ich gleich nach den ersten zwei, drei Treffen gemerkt, okay, das ist genau das Projekt, in dem ich arbeiten möchte. Das ist genau das Setting, das mir eben zuspricht. Und das sind eben genau die Aufgaben, die ich in so einem freiwilligen Einsatz erledigen möchte. Ja, wie schon eingangs erwähnt, hat mich der gesamte freiwillige Einsatz von Grund auf mehr oder weniger geändert. Also ich war, als ich weggegangen bin, sehr unsicher. Ich war sehr, ja, so ein bisschen gefangen auch in meinen Routinen. Und der Einsatz hat mir eben gezeigt, dass es so viel mehr zu entdecken gibt und so viel mehr zu sehen gibt. Und dass man eben nur so ein ganz kleines Zahnrad in einer riesigen, funktionierenden Welt ist. Und als ich zurückgekommen bin, so blöd es sich vielleicht anhören mag, habe ich die Welt mit anderen Augen gesehen. Und ich war weltoffener, ich war toleranter. Ich habe versucht, mich mehr mit Themen zu beschäftigen, die eben die Welt auch bewegt. Und das war für mich wahrscheinlich die größte Veränderung, die ich durchleben durfte. Ich würde jedem empfehlen, sich gut zu informieren und auch sich selbst gut Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, mit diesem einen Thema möchte ich mich beschäftigen oder dieses eine Land interessiert mich, weil so war es für mich auch am Anfang sehr, sehr schwierig, das richtige Projekt bzw. das richtige Land zu finden. Und als ich mich dann wirklich auf ein Land bzw. auf eine Aufgabe fokussiert habe, ist einfach die Auswahl an möglichen Optionen viel kleiner geworden, wodurch man sich dann auch einfach viel stärker damit beschäftigen kann. Und Vorbereitung ist einfach das A und O. Auch wenn es dann vor Ort immer anders ist, als man sich denkt, würde ich trotzdem sagen, dass man sich gut mit der Organisation befasst und gut mit dem Land befasst und gut mit den Themen befasst, die einen betreffen werden. Der eine Gegenstand, der mich immer an Peru erinnern wird, ist dieser Pulli, der für mich einfach symptomatisch ist für das ganze Land. Einfach weil man gerade in Huaraz ständig einen Pulli braucht, weil es nie mehr als 20 Grad hat. Außerdem, besonders in der Regenzeit, kann man diesen Pulli wirklich sehr gut gebrauchen. Zudem verkörpert er einfach auch die Andinen-Muster, die Andinen-Tiere. Man sieht hier relativ viele Lamas einfach aufgelistet und man kann diese Pullover in den Artisanalmärkten überall sich besorgen und niemand aus unserer Organisation ist aus Peru zurückgekommen ohne solch einen Pulli. Deine Ahnung